hallo und herzlich willkommen zurück hier in fallout 4 so wir sind immer noch hier drinnen in der usaf uns als lieben station noch mal gucken na ich nehme ihn jetzt mal mit hier dort drüben los in position hier drüben schau mal nach geht dorthin ist so gut wie erledigt hier 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 Das war's. Das war's. Das war ein blöder Tod. Das war mal ein blöder Tod. Das war ein blöder Tod. Das war's. 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 Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Weiß ich nicht. Lorenzo. Das mir dran ist. Dasoc 잘못 hat's. Wo nehmen wir den Esot? Den Fusionskirn Jetzt haben wir schon einige davon Ich frage mich, ob da immer noch was funktioniert Wie fragst du dich das? Hey Okay, was? Oh, das ist sogar besser Raum 10 Hunde Halskette Was soll ich tun? Ich zieh dir das alles nur an Jetzt müssen wir jetzt mal das Terminal angucken Status, Schatellitenschüssel, offline Systemfehler Daten Systemfehler Datennetzwerk Nichts ausprobierte Person Okay, also geht noch nicht Irgendwann mal Mal sehen, ob es dort was Nützliches gibt Na klar Nichts Salzmüll Na klar So, hier waren wir schon Verdammt Über den ganzen Staub hier drin bekommt man ja kaum noch Luft Schön Wir haben Gesellschaft Was ist die? Hm Schwerd Was ist die? Geschafft. Nachrichtenraumschlüsse. Nachrichtenraumschlüsse. Staubsauerzeitung. Staubsauerzeitung. Mehr gibt es hier auch nicht. Gehen wir mal hier hoch und suchen mal die Tür. Dann hätten wir nämlich alle. Ne, ne? Ist das Lagerraum? Sicher. Mehr Räume habe ich jetzt hier gar nicht gesehen. Naja. Doch, wir waren gerade hier. Ein bisschen gästlich. Gut, da haben wir das jetzt ja auch geklärt erstmal soweit. Können wir ja hier wieder raus gehen. Speieren wir nochmal. Alles, wir gehen jetzt zurück zur Farm. Geben die Quest ab. Dann gibt es noch Gorkis Hütte. Dann gibt es aber auch nicht mehr viel hier am Anfang. Jetzt müssen wir bald mal weiter gehen. Abgeschlossen angeblich. Okay. Gorkis Hütte ist 12. Ach ne, Gorkis Hütte. 9, 10 und 11. Hier soll noch eine Hütte sein. Dann gehen wir mal als nächstes dann nochmal gucken. So eine kleine Hütte. Dann haben wir aber soweit auch alles abgearbeitet. So in dem ersten Teilstück von dieser Map. Ich bin wieder da. Was ist denn dein Mann? Dahinten. Da steht sie einfach nur komisch rum. Jetzt. Ich hab das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Miniple brauchen. Sie können sich auf uns verlassen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Ich frag mich ja, ob ich dir noch ein bisschen Schutz geben kann. Ja, ich kann hier noch einen Schutzturm hinstellen. Wie mache ich das? Auch so gleich mal. Wir so hin. Wir so hin. Wie haben wir das hier passiert? Vielleicht werden wir hier in? Und sich was tun um anderen disciplinesieren zu helfen. Dass sie sowas wie hier nicht erleben müssen. Soooo Ach Preston sitzt es jetzt hier. Und ruht zuerst mal ein bisschen aus. Das ist schön. Ah, hier ist natürlich auch viel Kram und Zeug. Da haben wir aber auch alles gar nicht. Und Stimpeg können wir mitnehmen. Drohnen können wir mitnehmen. Und als nächstes gehen wir dann jetzt mal da so hin. Irgendwo hier. Das muss so eine kleine Hütte sein. Vielleicht die da. Naja, das ist ja wieder... Ah, hier. Okay. Was ist das? 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 Eine kleine Hütte Ja dann, sie sind noch up Was ist das? 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 Psst! Zugriff! Fallen lassen. Jeder Schuss muss sitzen. Schalt sie aus. Schau mal nach. Ist so gut wie erledigt. Scheiße. Ich bin schwer verwundet. Schlafe doch nicht. Scheiße machen. Waffen. Ja, du musst das schon nachladen. Schlafe doch nicht. Schlafe doch nicht. Schlafe doch nicht. Hammerhart. So. Gerade mal so wieder überlebt. Zu dieser Hütte und dann ist es auch gut für heute glaube ich. Ich sterbe mich noch wieder. Alter. 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 Preston, wo bist du eigentlich? Preston. 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 Wo ist Preston? Ich bin echt schon wieder wo Preston abgeblieben ist. Ich weiß es nicht. presse schon wieder weg das ist echt schlimm das letzte Mal habe ich Preston gesehen auf der Straße da, irgendwo ist er doch Preston, was machst du da? hey, zeig es mir, warte da, ich warte auf dich, komm schon, ich kümmere mich drum Preston, Preston, so an der Stelle sagen Preston und ich noch wieder, falls euch das Video gefallen hat lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht und bis zum nächsten Mal, tschüss